Als im März in diesen Pasinger Juwelier eingebrochen wurde, konnte der Täter unerkannt flüchten. Jetzt wurde er mittels DNA-Analyse ermittelt. Eine Überprüfung über die Datenbank mithilfe des Bayerischen Landeskriminalamts hat dann hier zu einem Treffer geführt. Und als Täter kommt hier ein, oder als Tatverdächtiger gilt hier ein mittlerweile 16-jähriger Rumäne. Der Täter war bereits polizeilich bekannt, als er am 28. März um 3 Uhr in den Juwelier an der Landsberger Straße einbrach. Der zu diesem Zeitpunkt unbekannte Täter ist hier gewaltsam über ein Fenster in das Juweliergeschäft eingedrungen, hat dann dort 65 Mobiltelefone mitgenommen. Der Täter hat in Deutschland keinen festen Wohnsitz. Sollte er jedoch erneut auffallen, werde ihm diese und andere Taten zur Last gelegt. Am Donnerstag gegen 16 Uhr wurde auf der Schleißheimer Straße Ecke Frankfurter Ring ein Motorrad von einem Auto gerammt. Ein 56-Jähriger aus dem Landkreis München war hier mit seinem BMW auf der Schleißheimer Straße stadtauswärts unterwegs. An der Kreuzung zum Frankfurter Ring hat er dann nach dem jetzigen Ermittlungsstand wohl das Rotlicht nicht beachtet, ist in die Kreuzung eingefahren. Der Motorradfahrer wollte vom Ring links auf die Schleißheimer Straße abbiegen und wurde leicht verletzt. Die Polizei sucht jetzt nach einer Zeugin, die den Unfall beobachtet hat. Das ist eine ca. 30- bis 40-jährige Dame, die war mit einem weißen Roller und einem Jethelm unterwegs und fuhr hinter dem BMW. Und sie hat dann nach dem Unfall eben dem Fahrer vom BMW noch vorgeschmissen, dass er bei Rot über die Ampel gefahren wäre. Wir haben von ihr aber keine Personalien. Daher bittet die Polizei nun um ihre Mithilfe. Am vergangenen Samstag rockte noch Andreas Gabalier mit Volksrock'n'Roll. Diesen Sonntag kommt die R'n'B- und Pop-Legende Rihanna ins München-Olympiastadion. Die Polizei hat für diese und alle weiteren Konzerte in München neue Sicherheitsbeschränkungen bekannt gegeben. Dazu ist auch ein Mitführen von größeren Taschen, von Rucksäcken oder weiteren sperrigen Gegenständen, wie einem großen Regenschirm oder auch eines Motorradhelms soweit nicht gestattet. Das darf ins Stadion nicht mit reingenommen werden. Am Sonntag werden die Gäste gebeten, früher als gewöhnlich am Olympiastadion zu sein, da mit längeren Wartezeiten an den Eingängen zu rechnen ist. Natürlich wird verstärkt auf alles geschaut, was irgendwo verdächtig sein kann, aber die Besucher brauchen hier trotz allem keine Angst haben. Sodass einem friedlichen Konzert nichts mehr im Wege steht.